Ja, dann gehen wir doch mal zum Hafengebiet, ne? Jetzt sind wir ja aus dem Turm raus. Ah, oh. Kastes Morgen und das Postulierte Kind? Ah, du siehst so aus. Und geklaut. Okay, jetzt haben wir die Pistole auch noch ausgerüstet. Oh, die haben hier aber ganz schön zugeschlagen. Ah, ah. Oh Gott, noch mehr. Äh, ja. Spezielle Gemächer. Aha. Dann haben wir direkt das Nächste. Jessamine Caldwin. Ja, klar. Haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwas zum mitnehmen? Ah, nee. Whiskyglas brauchen wir nicht. Uh, was war denn hier? Okay, jede Münze einzeln nehmen. Na gut. Äh. Spähen erstmal, ne? Okay. Keiner da. Dann öffnen. Danwoll. Oh, äh. Ähm. Okay. Könnte wehtun. Wow. Wupp. Au. Okay, da müssen wir hin. Wupp. 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 Komm, hier sind aber bestimmt Gegner. Leila hat Vater zu Stein verwandelt. Aber ich werde ihn befreien. Ja, das werden wir definitiv tun. Okay. Gott, ist was hoch. I. Geronimo. Kann man mit der Brühe irgendwas machen? Ich bin ein Vampir. Äh. Bus. Oh, was sind wir denn hier? Lass dich von oben auf einen Gegner fallen. Ah, okay. Ähm. Easy. Ja. Nimm mal drauf. Dunkles Brot. So, Whiskyglas, ja. Brauchen wir immer noch nicht. Haben wir hier vielleicht noch etwas? Da, 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 da. Okay. Einmal bitte hoch. Oh. Oh. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Einmal bitte. Du kannst keine... Was? Ach so. Bereit machen. Äh. Okay. Okay. Mortimer Ramsey. Gut. Sollen wir Action machen oder Stealth? Hier wird jetzt nochmal gesagt, entweder wir gehen voll auf Action, also Rambazamba, der Dre, oder wir schleichen drumrum. Guck mal, ich bin für zweiteres. Geh mal mal hier hin. Wow, wow, wow. Nein, hast du nicht. Oh, jetzt habt ihr doch gesehen. Oh. Nein. Oh, der Sack mich noch erwischt, ey. Ja. Mann, der hat mich aber jetzt schnell gesehen. Okay. Da ist also schon mal keine gute Idee. Gehen wir anderen Weg rum. Ich muss ein Schiff finden. Geh mal her, schlechte Nachricht. Ramsey ist tot. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Coltrane ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Mach mal. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Ja, ja. Es gibt keinen Weg zurück. Das würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Ja. Das sag ich auch immer. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht. Emily Coltrane wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Ja. Wow. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Heldschot. Äh. Achso, okay. Inter. Mach kaum schon, wirklich. In die Fräse. Okay, aber jetzt bitte ein bisschen, äh, stealthy. Warte mal, ähm, Reiseprotokoll. Mission, ja. Missionsgegenstände. Ja. Ja. Okay, ich wollte aber alles schleichen. Steffi machen. Okay. Oh. Was? Wieso wegen Verrat? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh. Ja. Wow. Wow. Gute Idee. Wer will die Miete pünktlich? Was? Aha. Aha. Das bin ich. Nichts. Schlimmer als nichts. Okay. Dann. Gehen wir am besten ihm hinterher und nicht auf die... Alter, was hat denn der für ein Sichtfeld? Äh, ja. Boah. 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 Kann ich hier irgendwo weg? Ja. Klar. Wer weiß wie er mit dem Boss reden muss. Speichellecker. Wo ist der? Wo ist der? Was ist das denn? Pistonekugeln. Yeah. Was ist das? Leer. 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 Oh. Ja, wie kann ich das denn nehmen? Äh. Nee, so geht's doch schon mal nicht. Achso, das sind ja die Special Moves. Bla bla. Wie kann ich denn so ein Zeug nehmen? Okay, da muss ich hin. Aber gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Vielleicht können wir ja um die rumschleichen. Das wäre natürlich formidabel. Oder vielleicht finden wir hier mal was nützliches. Wäre ja auch mal ne gute Idee. Da ist die Wache. Neues Extrablatt. Kaiserin Delilah Corfin, rechtmäßige Thronherrwind, herrscht nun über Damborg. Die Thronräuberin Kibiliatano und der mörderischer Schutzherr wurden verhaftet. Verschwinden Sie. Wow. Bis morgen sollten Sie das hier drucken. Ich hätte diesem Quatsch nie zuhören sollen. Bauen Sie jetzt kein Mistdrucker. Das mit dem Kronenmäustler verdanken Sie nur mir. Die Hälfte davon war fraglich. Was hat mich nur geritten, diesen Namen zu drucken? Nicht ein Beweis deutet auf eine Verbindung zur Krone. Na, die Geschichte war gut. Und zweckdienlich. Was hier abgibt, ist das nicht erheblich. So. Beine ab. Ich schicke einen Monat lang täglich einen Artikel, um Sie daran zu erinnern. Crystal hat jetzt eine neue Kaiserin. Und am Morgen brauchen Sie auch einen neuen Drucker. Nur ein Trottel droht einem Mann, dem eine Zeitung gehört. Sie sind raus aus dem Geschäft, Drucker. Hilfe! Zu Hilfe! Nein! Zu spät! Treuloser Hund! Ah! Mann! Ich wollte ihn retten! Eine Karte? Mann! Gott! Uh! Apfel! Ein bi... Ein bisschen... Äh... Energy! Ach Mann! Hättest du das jetzt gewusst? Mann! Ähm... Ja! Gott! Ich würde am liebsten jetzt... Geht das? Ja, komm! Wir versuchen ihn zu retten, oder? Ja! Ist sinnig! Du bist deine Uniform nicht wert! Ach, nö. Mann. Ja, ganz von vorne will ich jetzt nicht anfangen. Mann. Uncool. Oh, das regt mich jetzt auf. Ein bisschen schneller. Wieso kann ich dieses Zeug nicht nehmen? So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Okay, dadurch oder dadurch? Erstmal hier spähen. Okay, hier ist keiner. Ja, du sollst die Türe aufmachen. Ah, Obst. Ja, Kinder. Aufessen. Dann werdet ihr groß und stark. Whisky-Glas. Ach so. Einmal drehen. Okay, dann. Auf. Zur grossen Türe. Einmal durchsperren. Läuft. Aber direkt eine Wache. Was? Er hat mich jetzt gesehen. Ich habe genug von diesem ganzen Trara. Ich zahle gutes Geld. Ich zahle gutes Geld. Ich zahle so etwas zu dahin. Okay, der geht da hinten hin. Wir müssen da lang. Ich muss mit der Köchin sprechen. Das hat wirklich... Wow. Was er nicht sagt. Wow. Das ist nicht mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch, zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Glauben Sie mir. Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Weitergehen. Oh, wow, 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 wow. Du siehst mich nicht. Ehrlich? Haha, hab's schon gesehen. So. Oh, da ist ja noch einer. Zwei, um genau zu sein, aber ich muss ja da hin. Kann ich hier durch? Ich hoffe, ihr verratet mich nicht. Nix. Cool, dass die mich nicht verraten oder so. Wir haben mit diesem irren Kronenmäusler und so alle Hände voll zu tun. Und mit dem Streit der Kaiserlichen wird sicher nicht einfacher für sie. Das glaube ich auch. Wir haben eine Schmuggelware genau wie unten in Sirkonos. Die scheffeln gutes Geld in Kalero und Karnaka. Verfluchte Hutmacherbande. Okay. Wow. Komm hoch. Komm hoch. Nein, hier ist überhaupt nix. Äh, gar nix. Okay, geh weg. Was ist denn jetzt los? Oh, gut. Setz dich hin. Setz dich hin. So, den schnappen wir uns auch. So. Blundern. Hast du auch was für mich? Nein, nein. Jo, ein bisschen Energy. Äh, Glas. Oh, hier können wir rein. Oh, hier können wir rein. Okay. Okay, die Brühe, die ist hier aber auch echt überall. Bisschenkugel. 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 Okay. Sternenkarte. Münzen. Bisschenkugel. Wow. Wie lange brauchen die eigentlich, um dann wieder aufrecht zu stehen mal? Das wäre ja auch jetzt mal interessant zu wissen. Oh, das hätte wehgetan. Bye, bye. Au. Das tat nicht so weh. Ach du Heilige. Ob ich hier rüberkomme? Gut. Geht doch. Och, komm schon. Ich bin extra voll außen rum gegangen. Ah. Ih, Ratten. Ih. So. Luftanzeige. Ihr seht mich nicht. Ich bin hier, um den Schutzherrn zu warnen. Lady. Sie sollten mir wirklich zuhören. Marisch. Lady Emily. Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Startstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolow. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Korvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaka, wo die Mäuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Korvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Ja, ich bin bereit. inclusiv. Und also schreiten wir. Mir..." Es ist glücklich. Du stroben.